Aber wie hältst du es denn mit den menschengemachten Klimawandeln? Gibt es den? Hat der Mensch Schuld daran, dass sich das Klima jetzt so krass ändert? Ich denke nicht. Aber ich denke, diejenigen, die wollen, dass wir nochmal unser gesamtes Leben umkrempeln und dass wir den CO2-Ausstoß im Prinzip beenden, die müssen uns beweisen, dass das so ist. Und die müssen uns beweisen, dass der Klimawandel nichts mit der Sonnenenergie und der Sonnenintensität zu tun hat, sondern mit unserem Atmen und mit unserem Verbrennen von Kohle und sonst was. Und wenn die uns den Beweis erbracht haben, dann können wir darüber reden, aber nicht umgekehrt. Aber wir machen ja so viel Waldrodung und wir zerstören so viele Pflanzen auf der Welt, dass das ganze CO2 halt irgendwo in der Luft bleibt und dadurch unsere Welt wärmer wird. Ja, in erster Linie wird das CO2 ja im Wasser gebunden und das hängt von der Temperatur der Ozeane irgendwie ab, wie viel CO2 die speichern. Und ich glaube, man sollte mal darüber nachdenken, ob die Temperatur der Ozeane möglicherweise was mit der Temperatur der Sonne oder mit der Aktivität der Sonne zusammenhängt. Vielleicht gibt es da einen Zusammenhang und vielleicht ist alles genau andersrum. Temperatur der Ozeane mit der Temperatur der Sonne? Ja. Wenn die Sonne besonders heiß ist, dann mag das ja auch einen Einfluss auf die Wassertemperatur haben. Genau, das ist am See auch so. Korrekt, genau. Und je wärmer der See ist, desto weniger CO2 kann er speichern und desto kälter der See ist, desto mehr CO2 kann er speichern. Also wenn die Sonne ganz doll strahlt, könnte es ja sein, dass die Ozeane ganz warm werden und ganz viel CO2 abgeben. Ein Grund mehr, dass das nicht so schnell passieren soll. Ja, dann sollten wir bei der Sonne erklären, dass sie nicht so viel scheinen soll zum Beispiel. Das wäre doch mal eine Überlegung, weil die Sonne ja den Einfluss dann auf die Ozeane hat und nicht wir auf die Ozeane, sondern die Sonne. Der Ozean wird ja nicht warm, weil wir sagen, Ozean wird mal warm oder kalt. Also verklagen wir die Sonne? Wir sollten die Sonne verklagen. Können wir uns darauf einigen. I know a lot of people want to send blankets or water. Just send your cash. Money, money, I want more money. I want, I don't even know why.